Hey und Willkommen zu Just Dance 2015. Heute spielen wir Macarena. Das ist voll cool, aber ich kann es überhaupt nicht. Weil es gibt Leute, die kennen das so komplett auswendig. Ich bin jetzt die Punk-Atusse und ich immer so... Was muss ich machen? Und so. Deswegen wird das schon lustig. Ich bin die mit der wilden Mähne so... Oh yeah! Oh scheiße! Hi! Blablabla! Gott, stille Post machen die so... Hey, das ist jetzt schon voll cool! Oh yeah! Scheiße, was muss ich machen? Ey, Macarena! Ey! Ach, scheiße! Wie geht das? Ey, ich kann es! Wow! Yeah! Ey, Macarena! Scheiße, ich mach das genau falsch! Ich kann das nicht! Hätte ich das vorher geübt! Macarena! Woohoo! Ahhhh! Oh Gott, die Lache! Oh mein Gott, es kommt hier! Woohoo! Ey, Macarena! Woohoo! Scheiße, ich kann es immer noch nicht! Ach, einfach irgendwie greifen! Macarena! Yeah! Das wär jetzt voll geiles Gruppenteil! Mann, wieso spielt niemand mit mir? Just Dance! Woohoo! Bunk! 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 Ich wacke mit meinem... Schau! Yeah! Ich bin im Vordergrund! Ich bin wichtig! Macarena! 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 Ey, Macarena! Woohoo! Ey, Macarena! Wow! Ich find das Lied irgendwie voll cool! Ich weiß nicht, aber man muss erst mal reinkommen, weil jetzt kann ich das fast schon! Ey, Macarena! Ach, war klar! Ich war trotzdem voll schlecht, obwohl ich das gerade am besten getanzt habe! Beides erachtens, na! Black Widow! Das ist eigentlich voll cool! Und das ist relativ neu! Das find ich eigentlich voll gut! Nur ich hab so das Gefühl, wenn das in Amerika rauskommt, dann mögen die die Lieder auch nicht mehr, weil die bei denen schon voll alt sind! Weil bei uns kommen die immer voll spät erst in die Charts irgendwie! Oh nee! Ich hast da so einen Boden rumzampeln! Oh Gott! Ich sitze hier gerade so unbequem, ey! Ich dachte, das sind zwei Sekunden vorbei, deswegen hab ich mich so krüppelig hier hingesetzt! Oh, das ist cool! Das ist cool! Ich verstehe mal anus lang, sie sind so. without your weave, so baby now rest in peace. Also jetzt! Das ist jetzt mal richtig ... Jetzt kenne ich das auch. Sie haben diese Wubbelt cellular-wubble rum, ey. Das verwirrt mich. Wubble, wubble, wubble. Oh Gott. So kacki. 너무 구두-wubble. Du, di, di, bi, 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 bi. Scheiße, yeah. Oh Gott. Was tut ihr da? Gott, ich kann das nicht, ey. Gut, was ist das alles? Oh, ich seh's wieder voll um. Ich geh mir voll gleich um, ey. Wieso tu ich das immer? Aber es sieht aus wie so eine Eishülle. Voll cool. Schon elegant, muss man sagen. Gott, wir sind von sich immer vom Boden. Black, Black Widow, yeah. Oh, so alte Scheiße-Lieder, yeah. Okay, ich weiß noch, früher auf der ganz alten Xbox, da hatte ich so ein cooles Singster. Also, das war so ein Fake-Singster eigentlich. Und das war so schön früher. Da waren so alte Lieder dabei und ich kannte die alle nicht. Und weil ich weiterkommen wollte, habe ich die dann alle gelernt, um die perfekt zu singen. Und jetzt kenne ich so viele alte Lieder. Voll komisch. Ach, hier kann man sogar mitsingen. Cool. Wieso muss ich in meinem Tupen rumtanzen, ey? Die können auch mal um mich rumtanzen, okay? Oh. Oh, das ist aber cool gemacht mit diesen Szenen und so. Aber irgendwie ist alles geil gemacht in dem Spiel. Ist mir so aufgefallen. Nein, ich bin im Kreis drin. Ich hauste das. Oh, nee, ey. Oh, mir wird es so schlecht schwindelig. Weiter geht es nicht. Oh, geil. Sieht so aus, als ob ich in so einer geilen Disco wäre. so dumm, bumm. Wie bei diesem Pantomime-Kack hier. Sieht das irgendwie aus. Weil niemand mit mir tanzt. Zieh ich denn alleine so mit dem Seilrahmen? So, yeah. Ach, ist das nicht harmonisch und schön? Ja, ich weiß, mit mir alleine zu tanzen. Boah, mein Gott. Müssen die sich immer antatschen? Ah. Ah. Das ist niemand hinter mir. Das ist voll creepy. Oder gleich kommt ihr mit rein. Dann wäre es allerdings auch ein bisschen großziger. Ach, du Kacke. Oh, Gott. Das sieht nach so einer Roboter-Kacke aus. Aber egal. Da gibt es ja auch mal so ein komisches Lied auf Just Dance. Das war die ganze Zeit so... Und das war auch mit so Kackrobotern und so'n Scheiß. Naja. Oh, oh, Gott. Ah, ich bin wenigstens der Unanspruchsvolle, der einfach nur komisch rumstehen muss. Oh, schade doch nicht. Bam. Bam. Gott. Oh, das geht scheint wieder mega abwechslungsreich zu sein. Get, 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 get low. Low, 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 low. Warte mal. Scheiße, doch nicht. Oh, nee. Er... jedk bes combustться Ich weiß nicht was er tanzt, aber ich tanze ihn... What? G-g-g... low, low, low... Weeeow, yeah. hey, hat das dance battle! wow! hey, komm her! heftige fight! bye bye! slow-mo! wie tief kommst du? ich komm gar nicht tief! yeah! oh, das ist so kacke! hier ist gar keine plattform! ich weiß nicht was der war einfach komisch rum zum glück bin ich nicht der typ mit dem komischen fuß jetzt bin ich doch der typ mit dem komischen fuß! so lange kann ich dich nicht halten! wow! get, 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 get low! oh gott! das ist ein sehr komisches lied gewesen! und da steht so ein geiles tosse! ich dachte was für ein typ! oder nicht? yay! jetzt kommt das beste lied für heute! bang bang! ich find das voll cool! hä, wieso sind da vier tossen? singen doch eigentlich nur drei oder nicht? jesse jay, nikki minaj und eggy! soweit ich weiß! aber egal! ich nehme die erste weil es am leichtesten ist! oh yeah! die haben auch so coole dominastiefel! oh gott! oh gott! es geht so heftig ab! blow your mind! bang bang! oh gott! was tun die denn? Hilfe! oh ne! jetzt bin ich für die typ... die Tasse hier unten sein muss! will ich nicht! yeah! wackeln! oh gott! hilfe! das wird zu heftig! aha! aaaaah! hey! uuuuh! tick, 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 tick! wow! oh gott! ist das ein streng! boobuun! boobuun! b thing, bing, 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 bing! oh gott! boobuun! Booot by the... oh boobuun! no you want it! aha! aaaaaaaah! oh jetzt kommt der cool rap! wenigstens ist der hier da wo der schon nicht bei Dark Horse vor! ooooh! if they just see an army, if they test me they're sorry! was tun die da btch! B, 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 A, A, G, G, Wieso packen die an meinen Arsch, ey? Oh, mach ich auch, okay. Ja, dann ist ja okay. Bang, bang. Das Lied ist eigentlich mega cool, aber irgendwie ist das Schwertetanz noch mega anstrengend. Bang, 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 bang. Ah, hey. Was? Oh, ich hab die Pose so schön gehabt. Scheiße, war das heftig. Und die hatten auch noch so mega Domina Stiefel an. Und ich hab mir auch Domina Stiefel gekauft und ich weiß, wie warm es ist. Und mir war schon mega warm. Also das war definitiv eine anstrengende Folge. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.